Hey ho, hier ist Ronja und Flo und ich brechen heute aus 15 verschiedenen Biomen aus. 15, Ronja. 15, nicht 1, nicht 2, nein. Das ist eine sehr interessante Zahl. Also wer Tops hier würde dann auf jeden Fall auch die Zahl feiern hier. Ja, ich glaube auch, also 15 ist glaube ich eine von Tops Lieblingszahlen, oder? Hat er ja oft schon gesagt. Glaube ich auch. Okay, gut, wollen wir anfangen? Frag mal Tops, was deine Lieblingszahl ist. Ja, frag mal. Also ich glaube, es ist 15. Oh, wir müssen Game Mode 2 bleiben. Ich bin Game Mode 2. Nicht in Game Mode 1 gehen. Okay, okay. Ja. Singleplayer, Multiplayer will mess up, beide. Egal. Okay, wir gewinnen. Ich habe einen Button. Benutzt dein Gehirn, um die Puzzle zu lösen. Oh Ronja, ich glaube, das ist geil. Das ändert nicht gut. Oh nein, ich erinnere mich an unsere letzte Pass. Ich meine Flo. Rennen ist an 32, was? Level 1, Wüste. Okay, haben wir einen Knopf? Wie kommen wir hier? Ich habe einen Knopf, warte, warte. Oh, hier. Ich setze den Knopf einfach hier runter. Oh, nice, nice. Okay, wir sind in der Wüste. Wir sind in der Abend der Runde. Also ich erklär dir mal, wie dieses Lärm ist funktioniert. Hier ist eine Platte. Da ist es dunkel. Ach lol, ich warte mal kurz. Ist es nicht dunkel bei dir? Effekt, richtig. Ronja, das haben wir gleich. Du hast einen Entwischen und ich nicht. Das ist ja frech. Okay, also. Singleplayer-Map. Hust. Okay, warte, komm, das ist kurz. Verstehen, Chat. Also, wir wollen uns umschauen und so irgendwas Interessantes müssen wir finden. Findest du es? Ich habe was Interessantes und zwar einen gelben Teppich. Die Spitzhacke kann Sanj denn abbauen. Wo könnte die sein? Tipp, es sieht anders aus. Ja, unter dem gelben Teppich. Über den. Wie ist das gemacht? Ich habe den gelben Teppich abgebaut. Dürfen wir das? Nein, Ronja, ich glaube, wir müssen im G-O2 sein. Warte. Ich bin noch G-O2, oder nicht? Ich hoffe, was nicht so. Okay, das heißt, wir müssen hier was reinwerfen. Das haben wir jetzt als Tipp gerade gesehen, okay? Das haben wir als Tipp gesehen. Weil ich illegalerweise mich abgepappt habe. Ronja, also eine Frage der Perspektive, ja? Okay, und da bauen wir jetzt den Sandstern ab und werfen den? Ja, weil du die Spitzhacke kann das. Und hier ist eine Kiste, drin ist ein Papier. Das ist schön. Und was ist da auf dem Papier drauf? Und dann gewinne mich. Ja, easy. Da war ich mithilfreich. Ach so ein Button? Ich hab'n Button, aber ich bin jetzt immer noch am Level. Warte. Okay, dann warte. Das haben wir aber, ja? Dankeschön. Wir sind ja im Singleplayer. Okay, wir brechen jetzt aus Level 2 aus. Der... Städte, Plains. Ja, warte, ich versuch's, den Machen zu platzieren. Das geht nicht. Hey, stehen... Oh, oder hier, okay. Oh, ja. Oh, hat geklappt. Okay, in der normalen Umgebung. Okay, hier ist ein Dorfbewohner. Der Dorfbewohner möchte 16 Samen für sein Papier. Das heißt, wir holzen jetzt, aber wir können gerne Gras abholzen. Oh, warte, schau mal hier. Oh, ne, ich weiß warum. Craft in a Sense. Oh, okay. Ich crafte mir eine Sense. Und zwar... Wo ist der... Ah, okay. Wollte ich grad sagen. Jetzt müssen wir ein Crafting-Table suchen. Aber wenn du ihn schon gefunden hast, dann... Ey, und das ist es. Und dann wird das Paper. Wir müssen jedes Level schon ein Papier finden. Und bei mir ab. Geht das? Irgendwie geht das nicht. Guck mal, was draufsteht. Can Break steht da drauf. Ich versuche, hier einfach durchzuswooshen. Oh, warte, hier ist irgendwo so ein grüner... Okay, okay, nice, nice, nice. Das heißt, nur das Sieg tut da. Genau, okay. Easy! Easy peasy. Wir sind so gut. Ich mein, 15. Was sind schon 15 Biome, ha? Da racen wir durch. Wir sind schon wirklich 15. Wo ich 15 war, da hab ich schon 15 Biome gewählt. Ist echt so. Also 15 war ein gutes Alter für mich. Bei dir? 15 ist echt ein gutes Alter, muss ich wirklich sagen. Also, ja. Ich glaube, 15 war bis jetzt auch mit mein Lieblingsalter. Ey, welche Klasse war ich da? Was hab ich denn gemacht? Ich will das gar nicht. Also... Aber ich hab schon Videos gemacht mit 15. Ja, hast du? Aber ich überlege, was war das? Das war vor fünf Jahren, oder? Ja. Ey, da hab ich doch. Das war meine erste Serie, die beliebt war. Ja? Noi. Nice. 2014. Okay, warte, ich werd jetzt das Papier hier rein. Easy! Hast du einen Knopf? Ja, ja, okay. Dann sind wir jetzt in Level 3. Fluss. River. Okay. Okay. So, hier ist ein Schweinebauer. Okay, wir haben übrigens nicht das neue Schwimmsystem. Ist ja auch in den 12. Oh, ja, stimmt. Wie hier ist... Ich guck mal in dem Holz hier. Entschuldigung, könntest du mein Haus fertig bauen? Hier war eine Diamantschaufel im Ofen. Er wurde nicht, der redet mit mir. Oh, okay. Entschuldigung, könntest du mein Haus fertig bauen? Ein Block fähig. Ich geb dir dafür ein Stück Papier. Ich würd's zwar selber machen, aber meine Schweine wären sonst einsam. Okay, ich hab eine Diamantschaufel gefunden. Okay, also er braucht einen Block, der beim Haus fehlt. Okay. Was fehlt? Oh, Schiegelstein. Okay, aber... Dies ist ein Kohleblock. Das heißt, ich hab eine Schaufel gefunden. Okay, Schaufel... Warte mal, die kann locker Clay abbauen, oder? Bestimmt. Wo ist denn Clay? Steht das drauf? Wie sieht die man an? Da steht Can Break. Ja, Clay. Hier ist es direkt hinter dir. Ich hab's gefunden. Wissen die Besten. Und abgebaut. Okay, und jetzt komm hoch. Oh Gott, das tauchen. Jetzt craftet ihr aus den vier Stücken wieder den Block und packt den in den Ofen. Okay. Und was krieg ich dann? Krieg ich dann Ziegelstein? Ja. Macht man so Ziegelstein, das wusste ich gar nicht. Ja. Doch, ja. Also ich hab auch nie Ziegelstein gemacht hier, deswegen... Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Also, okay. Interessant. Interessant. Und dem müssen wir hinbauen. Ich krieg mir einen Zettel. Ich schau schon mal, wo dieses komische Dings ist. Okay, sehr gut. Mir gefällt deine Einstellung. Niemand kriegt Terrakotta. Oh nein, wir mussten die vier Einzelteile und dann craften. Oh oh, ähm, ja. Ähm, äh, warte mal. Äh, Ronja. Ähm, oh. Ronja. Flo. Ich hab hier vier Einzelteile gefunden. Oh, was für ein Zufall. Wo hast du die denn gefunden? Die wurden hier angeschwemmt. Oh, wie schön. Okay. Alles klar, man. Mensch, was für ein glücklicher Zufall, nachdem wir die ersten vier Einzelteile auszusehen zu können, äh, Terrakotta verwandelt haben. Also Tops hätte es helfen können. Vor allem mit, äh, mit Ziegelstein. Ich glaub irgendwas würde ich mir vor sagen. Ich glaub, es ist ne Map, richtig, für Tops. Ich hab jetzt zwei Ziegelsteine. Nice. Okay, ich such immer noch den... Hier ist der Teppich, hier ist der Teppich. Ah, okay, okay. Gibst du dem Typen seinen Ziegelstein? Ja, warte, der Ofen, der braucht seine Zeit, ja. Oh, okay, okay. Der ist ein langsamer Zünder hier. Okay. Wortwörtlich. Okay. Stell dir mal vor, wie witzig das wäre, wenn wir die Kohle jetzt aufgebraucht hätten für die blöden Terrakotta. Ich glaub, der wird sich extra deswegen mehr reingepackt. Ja, weil ich mein, damit noch der Clay angeschwemmt wird und, äh... Okay, ich hab's jetzt. Schöne dir das? Komm zu mir. Oh, warte, ich muss ihn platzieren. Oh, okay. Okay. Okay, bauen wir seine Haus fertig. Die Haus ist fertig. Wunderschön, wunderschön. Und ich will mal sagen, ey, wirklich Weltklasse. Ey, es ist, ey, wirklich, Flo, meisterhaft gelöst von dir. Und bam. Soll ich das Terrakotta mal einwerfen? Nice. Ich hab ein Button. Und wir sind in Level 4. Eis. Nee, doch, Eis Spikes. Okay, drück du doch mal. Dum, dum, dum. Oh, okay. Oh, hier ist ein Parkour, hier ist ein Parkour, sehe ich schon. Alles klar. Warte, wirklich? Ne chest? Die Mann spielt zack, ja. Warte mal, hier ist ein Skelett eingefroren. Was sagt man dazu? Ja, ich kann das Glas abbauen. Ja? Okay, nice. Und jetzt? Oh nein. Oh, das ist der Kopf, du kannst den Kopf nehmen. Oh. Ich hab ja zufolge rechts gegen mit der Schwitzhacke. Nice. Okay, weißt du was? Wir suchen jetzt nur noch den blöden Wollblock. Und der ist bestimmt irgendwo da oben. Das heißt, wir müssen jump and run. Warte, warte, warte. Ich glaube, wir müssen Parkour machen irgendwo. Ja. Oh, was? Da hinten geht's los, oder? Hier? Ich weiß nicht, wo. Warte, nee, hier müssen wir hochkommen. Auf jeden Fall. Das sieht sehr Parkourig aus. Jedenfalls dieses Stück drauf. Parkourig? Das sieht sehr aus danach, dass wir hier irgendwo... Aber wo ist der Anfang? Ich bin hier lustig gemacht von dir. Über mich lustig gemacht, so. Nein, Ronja, niemand macht's hier für dich lustig. Du bist sehr gut im Parkour. Ich bin nicht sehr gut im Parkour. Ey, wie kommt man hier wirklich hoch? Ich hab keine Ahnung. Ich sehe nur diese blöde Treppe und fühl mich getortet. Wieso geht es nicht? Ich hasse Parkour. Vielleicht hier so? Parkour ist das Schlimmste, was es gibt. Ohne Witz. Parkour ist... Warte, warte, Ronja, geh an zu euch. Vielleicht hier hinten. Da, wo die Leiter ist. Okay, okay. Oh, Leiter. Leiter klingt gut. Geht das hier? Weißt du? Ey, hier muss irgendwo ein Start sein, oder? Oder hier vielleicht? Irgendwo muss man hochkommen können. Ja? Oh, nice. Das ist gut. Das ist eine erhöhte Ausgangsposition. Dankeschön. Das ist der High Ground. Oh, der höhere Grund. Der höhere Grund. Und der höhere Grund. Oh nein. Jetzt hier rüber. Oh nein. Das ist doch Mist. Man rutscht doch noch auf dem Eis. Oh, ne, ganz ruhig. Ich bin gefallen. Das hat nicht geklappt. Wir müssen uns nochmal. Ich baue übrigens stark drauf, dass du den Parkour schaffst und du einfach das... Oh, hier ist ein schwerer Sprung. Ich bin gefallen. Flo, ich glaube an dich und du wirst es schaffen. Ich popp mich dazu zu dir, okay? Okay. Du darfst auch nicht auf den Rollen. Warum machen wir den Parkour? Mach es immer zu. Ganz ruhig, Ronja. Ich habe das Gefühl, du pretendest zwar immer, als ob du so gut im Parkour bist, aber bist du auch nicht. Ronja? Bist du nicht. Ich bin ein Parkour-Profi, okay? Außer bei Eis. Du bist schlecht im Parkour. Sei ehrlich. Oh, ich weiß, warum der... Okay, ich war nicht ganz oben. Okay. Äh, es ist easy. Schau mal. Okay, okay. Okay, das war clean. Das war clean. Oh! Au! Sehr gut. Sehr gut. Pop mich mal zu dir, damit du einen Checkpoint hast. Stimmt. Checkpoint. Checkpoint. Ich hoffe, mein Checkpoint fällt nicht darunter. Keine Sorge. Dein Checkpoint würde doch niemals runterfallen. Ist der jetzt der blöde Wolfgang? Ja! Ja! Nice! Ich habe einen Button. Gut gelöst. Äh, von uns. Ein Team. Sehr gut gemacht, Ronja. Teamwork würde ich sagen. Okay, bam! Dschungel! Der Dschungel hat eine Kiste für uns. Und in der Kiste ist eine Eisenachst. Und die Eisenachst warst du ab. Holzmanken, richtig. Aber welche? Die sind denn hier in den Dings drin? Ich sehe hier keine Holzplanken. Doch, du musst, glaube ich, alle hier abbauen. Hier, hier. Oh, weia. Hier, siehst du das nicht? Ich glaube, das ist alles Teil eines riesigen Parcours. Hier musst du abbauen. Oh, nein! Wirklich? Das ist ja furchtbar. Weißt du, wie viel das ist, was ich hier abbauen muss? Das ist geil, Ronja. Das ist ja voll. Also, wer hat sich denn das ausgedacht? Ja, doch, hier ist eine Treppe, glaube ich. Map-Entwicklungs-Design gleich null. Oder? Doch, okay, wir müssen noch weiter. Geht noch weiter. Schaust so eine Treppe, wo du hochkommst. Ich fühle mich hier, wenn es im Buselt. Wo denn? Da, hier. Ich sehe es nicht. Hier, einfach das Holz. Oh, ich sehe es. Okay, okay, okay. Es war so nah vor mir, da habe ich es übersehen. Okay, und jetzt müssen wir wo hin? Ich sehe, wir müssen... Hier rüber. Richtig. Da wollte ich auch gerade hinspringen. Okay, es läuft doch gut. Jetzt hier. Richtig, da wollte ich gerade hinspringen. Boah, ab und ich spring. Ich komme nicht ran. Doch, jetzt komme ich ran. Hier gelangen wir an diese Lokation. Dies ist eine gute Frage. Ich glaube, du hast den richtigen Weg eingeschlagen. In 300 Metern rechts abbiegen. Richtig, ist jetzt mein Navi okay? Ja. Okay, warte. Hier kannst du kettern. Ich bin einwandfreies Navi. Freunde, haben wir schon gesagt. Wann muss ich abbiegen? Äh, gleich U-Turn. Ich habe das Papier. Nein, ich bin gefallen. Ist egal, schau unten, ob das irgendwo ist, dieses Walldings. Das Walldings ist nicht hier unten. Es scheint oben zu sein. Ich habe es jedenfalls noch nicht gesehen. Schau doch mal ganz genau. Ich schaue ganz genau. Ist es nicht oben? Schau vielleicht noch mal ein bisschen genauer. Ich schaue doch genau. Ich habe das Gefühl, das sind so... Ich glaube, ihr geht noch weiter rauf und du musst noch... Du willst, dass ich mich beschäft... Okay. Wir wollen ja ein Nein. Ich will, dass wir das lösen. Zusammen, okay? Okay, okay. Hier geht es hoch. Hier ist ein Geheimgang, wirklich gerade. Oh, nein. Okay. Also, nicht wirklich geheim, aber... Hast du gut entdeckt, Sherlock. Oh, danke. Danke, Watson. Oh, nein. Ich frame die ganze Zeit gegen das Gitter und es klappt nicht. Bitte! Hier ist nix. Ich hasse Parcours Maps ohne Wettsteam. Das macht mich so wütend. Ich habe selten innerlich so eine Wut. Hier ist nix! Wie bei Parcours Maps. Außer bei den blöden neuen Spider-Man-Filmen. Den fand ich auch doof. Ah, er war nicht. Ich glaube... Ich glaube, hier ist wirklich nix oben. Hier ist nix! Goddamit. Wurden wir gebambuselt. Wir wurden gebambuselt. Wo ist denn das? Das war immer am Boden, oder? Aber warum würden wir den Geheimgang machen? Vielleicht ist es ihnen Geheimgang oder so. Vielleicht ist es so geheim, dass sogar die Geheimgänge aussteigen. Schau mal, siehst du hier irgendwo was? Oder bin ich gerade nur dumm? Ich suche... Ich falle. Weißt du was? Du schaust jetzt oben, ich schaue unten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der unten ist. Ich schaue jetzt im Geheimgang nochmal. Ich glaube, es ist hier. Ich denke, wenn ich der Map-Bauer wäre, würde ich es... Weiß ich nicht, wo würde ich es verstecken? Ich würde gerne einen Parkour mitbauen. Das ist das erste Problem. Der ist wirklich nicht unten. Siehst du? Warum glaubst du mir nicht? Ich weiß es nicht. Blöd, Mann. Lass du dich. Grön! Das nehme ich persönlich. Okay. Grön, ja. Ja. Wo ist es? Ich... Okay. Das ist ein dummer Geheimgang. Ne, brauche ich gar nicht. Habe ich nicht nötig. Es ist nämlich eh nicht da. Ich kletter da nur umsonst rein. Warte mal. Hier ist... Hier sind so Gitter am Baum. Das spricht vielleicht für einen weiteren Geheimgang. Oh nein. Muss ich nicht irgendwo ein Ding sein? God damn it. God damn it. Oh mein... Ronja. Ja. Komm her. Kann ich. Oh nein, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Willst du wissen, wo das ist? Wo? Es war am Boden übrigens. Aber... Nicht ganz. Okay. Schau mal. Hier. Hier tut es. Wo? Hier unten. Warte, was? Ehrlich? Och nö. Alter, wie mies. Okay. Level 6. Tiger. Ja, jetzt kriegen wir hin. Hier ist Fearschnee. It's the eye of the tiger. It's the... Da 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 da. Das würde ich singen sollen. Haben wir doch, oder nicht? Haben wir nicht einfach... Nee, du... Ich habe auch gesetzt, glaube ich. Okay, okay. Kann sein. Schade. Schade. Wäre was Schönes geworden, denke ich. Ich sehe hier nichts. Da waren wohl... Ey, ich bin mir ziemlich sicher... Okay. Ist irgendwo hier ein weißer Teppich für das Ding. Bestimmt, warte, ich suche. Aber hier ist nur Schnee bis jetzt. Wir müssen mal eine Kiste finden. Okay. Hier ist weißer Teppich. Echt? Ja. Ohne irgendwas? Ohne irgendwas. Hier einfach... Oh, gut gemacht. Denke, denke. Das heißt, wir müssen schon mal das Hälfte. Okay, es ist an dieser Wand sehr mittig. Wissen wir jetzt immerhin. Ist hier irgendwo was? Kommt auf die Bäume hoch? Nee, oder? Es ist... Ja, das ist doch nie im Leben noch ein Jump'n'Run. Das wäre schon ein bisschen toxic. Ja, ja, ja. Ob die das drei mal hintereinander machen. Ich habe das Gefühl, in der Mitte ist irgendwas. Ich glaube, ich hatte was gesehen, aber dann wieder direkt nicht. Meinst du, wir können irgendwo ein Loch finden, wo was eingegraben ist? Es ist bestimmt irgendwo, wo der Schnee... Sodass du einen Pixel reingucken kannst. Ja, ja, genau. Warte. Links. Ja, ich sehe dich, sehe dich. Schau mal hier unter diesem Baum. Oh. Oh. Chuck. Yes! Kapi... Ja. Okay, nice. Und dann suchen wir den... Ja, easy würde ich mal sagen. ...teppich, der nicht an dieser Seite war, sondern an der anderen Seite. Aha, aber das hast du bestimmt nur das Absicht gemacht. Das habe ich... Genau, ich wollte gucken, ob ich... Damit die Leute an die Zweifel, aber dann... Hier. Richtig. Gut gemacht. Hör auf! Ja, komm, bitte! Es ist ein einziges... Flo macht dich über meine Minecraft-Fähigkeiten lustig. Das stimmt, glaube ich. Doch! Deine Minecraft-Fähigkeiten sind sehr gut. Minecraft. Extremer Hügel. Heißt es übrigens hier. Oh, hier ist eine Mina. Okay, ich gehe hier rechts. Hier ist Redstone. Wir brauchen wahrscheinlich eine Spitzhacken, die komischen Abbaukern kann. Ich habe eine Spitzhacken und einen Emerald. Okay, gib mir die Spitzhacken auf. Gib mir die Spitzhacken. Nein. Wo bist du? Wo bist du? Hinter dir. Wo? Achso, ja, okay, ich gebe dir die Spitzhacken. Nur weil du liebfragst. Hier. Vielen Dank, Madame. Ich nehme den... Ich spiele den Kopf. Warte, können wir den Redstone aktivieren? Warte, 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 ich baue gerade was ab. Ich hoffe, hier ist irgendwas. Okay, warte, hier sind noch mehr Emeralds. Kannst du dir... Ich habe Emeralds gefunden. Hier sind überall Emeralds. Aber ich habe einen Grad gefunden hier. Ja, ich auch. Weiß ich nicht, aber sammel die mal. Hier sind... Rechts von dir, rechts von dir. Warte, hier ist... Ich warte, hier ist noch ein Emeralds. Aber hier sind doch noch viele... Oh, okay, dann komme ich runter. Ich komme zu dir und schließt. Oh, nein, das ist eine richtig große Mine. Oh, nein. Richtig groß heißt, es gibt viele Möglichkeiten, wo Dinge sein können. Ich warte, wir müssen einen Emeraldblock craften, weil das war die Vorschau von dem. Okay, pass auf. Hier ist noch einer. Komm mal her. Ja, 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 ja. Okay. Oh, lol. Hier. Dann oben war irgendwo einer. Ich habe fünf. Wie viel hast du? Sehr gut, ich habe einen. Aber... Ich benutze sichert alle ab. Ich sage dir, in der großen Mine waren zwei. Einmal an der Decke und einmal da. Oh, ich sehe es. Oh, lol. Okay, dann haben wir, glaube ich... Warte mal. Dann haben wir... Wie viele? Du hast sieben. Ich habe einen, dann brauchen wir noch einen. Kommst du da oben hin? Mal schauen. Ich glaube, es war beim Eingang einer. Okay, warte. Warte, ich komme hoch. Gleich. Den habe ich. Das ist ein bisschen schwierig für mich. Ist aus noch einer? Keine Ahnung. Oder warum ist hier ein Villager? Oh, der traded uns das Paper für einen Emeraldblock. Nee, das muss auch unten in der Herze irgendwo. Okay, ich suche unten. Nicht, weil ich nicht hochkomme oder sowas. Hier, hier, hier. Komm mal her zu mir. Okay. Hier sind noch zwei Cobblestones. Oh, die wurden richtig versteckt. Ja. War da noch einer? Wusste ich. Perfekt, okay. Craft ihn. Okay, ich craft ihn. Wo ist der, der crafting Block? Ich mache Trommelwirbel. Okay. Nice. Ich fühle mich encouraged. So. Bam. Einen Block. Jetzt komm ich auf. Ja, das versuche ich ja schon die ganze Zeit. Fort mich mal bitte. Das ist ein schwieriger Sprung. Wir wollen natürlich nur Zeit sparen, Leute. Wir wollen nur Zeit sparen. Ja, wir wollen ja, dass alles hier... Ich hätte es geschafft. Ich schau mal, wo dieses Ding ist. Hallo Villager. Ich habe einen Block der Emeralds für dich. Danke für das Papier. Gib mir das Paper. Ich weiß, wo es ist. Hier. Habe ich dich nicht durchgeworfen? Ist ja vielleicht auf dem Extreme Hill. Ja, ja, ganz oben auf dem Extreme Hill. Da habe ich mir schon gedacht, ne? Oh nein! Nein! Ja, aber ich glaube, das machen die Welche. Ich hasse diese Map. Ich hasse es. Widget ohne Witz. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Es sieht nicht so schwer aus, wie es ist. Bania, denkt ihr einfach, die Map ist auch dumm. Was heißt denn auch? Denkt ihr einfach, die Map ist dumm. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen und jetzt abgestürzt. Ja! Hast du den Buton? Ja, ich habe den Buton. Okay, wollen wir vielleicht hier Hälfte machen? Oh ja, gute Idee. Gut, dann... Alles klar. Wir wollen euch die 50 Minuten Folge ersparen. Dann ist das jetzt hier. Wir haben die erste Hälfte geschafft, ja? Falls ihr euch fragt, schaffen sie es durch die weiteren 8 Level in 15 Biomes Escape zu kommen? Das wird Ronja runterfallen. Wird Flo den Escape wieder falsch schmeißen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen.